Komm zusammen Junge, komm zusammen, hier könnt ihr so viele weg snacken, komm zusammen, boom, ja, nice, oh mein Gott, Platz 22 bin ich. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem Spiel, welches ich ungefähr seit einem Jahr oder so nicht mehr gespielt habe, aber ich bin aus Zufall draufgekommen und deswegen habe ich Bock drauf und dieses Spiel ist kein anderes als agar.io, wir spielen heute agar.io, ich bin in irgendeiner Teamvariante, wie es ausschaut, ist egal, ich versuche einfach trotzdem mich alleine hier so gut es geht durch zu schlagen und was sind hier für riesen Monster bitte ist die Frage, oh, kann ich das essen, Alter, ich will das essen, bitte lass mich, komm, nein, scheiße, ach man, Leute, habt ihr, oh Gott, Alter, Junge, übertreib mal nicht so, oh mein Gott, Leute, schreibt mal in die Kommentare, Alter, was ist denn da los, schreibt mal in die Kommentare, wann ihr als letztes agar.io gespielt habt, würde mich echt mal interessieren oder, keine Ahnung, ob ihr generell Bock habt, dass ich mal andere Spiele außer Minecraft spiele, also, keine Ahnung, wir können ja als sliver.io spielen auch noch oder, keine Ahnung, ganz viele andere Spiele, es gibt so viele coole Spiele hier auf diesem Planeten in Deutschland und auf der ganzen Welt, ja, es gibt auf jeden Fall so viele coole Spiele, da kennt ihr bestimmt mehr als ich und wenn ihr irgendwelche coole Spiele habt, dann schreibt die mal in die Kommentare rein, die ich unbedingt mal ausprobieren soll, dann kann ich auch mal irgendein anderes Spiel spielen, also muss ja jetzt nicht agar.io sein und, Alter, knappe Sache, scheiße, ich hab ein bisschen Angst, ne, wenn der jetzt hier schön reinsnackt, dann kriegt er mich, oh mein Gott, verpiss ich, Junge, lass mich in Ruhe, Junge, nein, 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 kann ich wieder zusammen, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, nein, komm, 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 Alter, wieso kann ich nicht zusammen, Mann, du kleine Misset, ach, komm, nice, so, ich bin jetzt mal in den Free-for-All-Modus reingegangen, hier spielen auch gleich ganz viel mehr Leute, ey, gerade war ich irgendwie Platz 80 am Anfang, jetzt bin ich schon Platz 140 am Anfang, also hier spielen um einiges mehr Leute und unser Ziel ist natürlich, oh mein Gott, verpiss dich, Alter, unser Ziel ist auf jeden Fall, oh mein Gott, ja, nice, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, okay, wuh, Junge, willst du mich waschen, unser Ziel ist auf jeden Fall in die Top 10 zu kommen, wenn nicht sogar Platz 1 zu schaffen, ich war schon öfter mal Platz 1, aber ist natürlich schon ein bisschen her, also als ich das letzte Mal agar.io gespielt habe, ich weiß gar nicht, wann das ist, ihr könnt ja mal auf meinen Kanal schauen, da habe ich auch schon Videos gemacht, aber ich überlege gerade, ob ich überhaupt ein agar.io Video gemacht habe, ich glaube, oh, den kriege ich, meint ihr, ich bin groß genug, um mich zu splitten, na, ich glaube nicht, scheiße, Mann, ich muss jetzt unbedingt jemanden, ja, komm her, Junge, ich muss unbedingt jemanden fressen, ey, von mir sind alle so riesengroß, Mann, und ich bin so, oh mein Gott, komm, 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 ja, komm, Scheiß drauf, Alter, oh, verpisst doch, nein, 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 ich habe mega Shits, Alter, Leute, das ist eigentlich so ein lowes Spiel, so von der Grafik her und von allem, aber es macht halt, du kleine Ratte, Alter, du kleine, reudige Ratte, ja, oh mein Gott, Perfekter Moment, Alter. Holy shit, holy shit, nein, nein. Alter, verpisst euch. Nein, 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 nein. Was mache ich denn? So, meine Damen und Herren, wird fix es schaffen. Ich glaube nicht, aber egal. So, Leute, ich habe eine einigermaßen große Größe erreicht. Das heißt für mich, ich kann wieder auf Angriff gehen, Leute. Oh, was, Alter, warum sind die alle größer als ich? Oh, Mann. Oh, mein Gott. Alter Vater, ey. Alter Vater, ich will gar nicht wissen, wie groß der größte ist. Ich glaube, ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Aber ich muss... Oh, mein Gott, was ist hier? Ah, das ist der zweite Platz. Okay, der zweite Platz ist da auf jeden Fall am Stüssel. Aber der ist, glaube ich, geteilt, ne? Oder? Ist das er? Ja, Mann, der ist geteilt. Oh, mein Gott, wie riesig das ist. Ja, okay, tschüss. Ich gehe da mal zur Seite, ne? Ich bin ja erst Platz 71. Boom! Nice! Okay. Geht, Leute. Oh, shit. Okay, jetzt muss ich erst wieder zusammenkommen. Ey, ich habe mega Schiss. Warum machen die hier keine Karte rein? Bei sliver.eu ist immer noch eine Karte am Stüssel. Oh, Gott. Da ist das Ende. Oh, mein Gott, was mache ich jetzt? Nein! Ja, verpiss dich. Verpiss dich. Sango, verpiss dich, Alter. Okay, kommt zusammen, Alter. Fix. Kommt zusammen. Wenn der auf mich drauf schießt. Ich bin tot. Kommt zusammen, fix. Alter, jetzt. Ja, nice. Okay, sehr gut. Oh, Gott, jetzt habe ich trotzdem noch Angst. Soll ich fett grün in den Reihen schießen, in den größten? Könnte ich theoretisch machen, ne? Aber, oh, mein Gott, Leute, Alter. Ich habe so scheiße Schiss. Ich habe echt so scheiße Schiss. So gerade, Alter. Fliege, was geht bei dir ab? So groß war ich lang nicht. Top 50 bin ich. Oh, shit, Alter. Ich muss noch größer werden. Ich glaube, ich gehe mal in eine Ecke rein, Leute. Meine Taktik war oft... Meine Taktik war oft, in eine Ecke zu gehen. Und dann mir da die kleinen Leute wegzusnacken. So wie... Boom! Shit, 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 shit. Nein! Nein! Was ist los mit dir, Junge? Alter! Oh, Mann. Ich bin wieder klein. Okay, Leute. Mein allerletzter Versuch. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Ich kann doch nicht einfach alles verlieren, Leute. Aber egal. Jetzt werde ich es schaffen. Ich weiß es ganz genau. Jetzt werde ich der Erste sein. Und jetzt werde ich der Beste sein. Ich muss nur ein paar von diesen kleinen grünen Dingern sammeln. Wobei, die sind eigentlich bunt und nicht nur grün. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Yes. Nein, nein, nein. Nein, der splittet sich safe auf uns. Oh, nein, 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 nein. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, dieser scheiß Teamer, Mann. Hört doch auf zu teamen, ihr kleinen Missits. Ohne Spaß. Wieso teamen die hier in diesem FFA, Alter? Richtig scheiße, sowas. Aber egal. Ich werde sie trotzdem vernichten, Leute. Ich werde sie trotzdem vernichten. Mu-ha-ha-ha-ha-boom! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hier sind eindeutig zu viele Menschen, Alter. Verpisst euch. Tschüss. Hallo. Ich bin viel zu klein, um sich für mich zu splitten. Leute. Das lohnt sich gar nicht. Ja. Nice. Tschüss. Nein, 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 nein. Oh, Gott. Ich bin so verletzlich, ey. Ohne Spaß. Pfff. 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 Komm schon, komm zusammen, Alter. Geh zusammen, Mann. Das kann doch nicht sein. Geh zusammen jetzt. Okay, nice. Perfekt. Oh, ich bin zusammen. Mmh, scheiße. Ich habe ein kleines Problem. Ihn könnte ich halt locker snacken, ne? Wenn ich mich da durchschieße. Boom! Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Alter, Platz 37, Leute. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt habe ich aber gut was bekommen, ey. Ich habe locker die doppelte Menge von mir jetzt aufgenommen durch den. Komm schon, Alter. Das 400er-Score haben wir gerade noch. Ich habe halt mega Schiss jetzt noch von dem ganz Großen. Oh, nice. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Ja, komm mal machen. Flieg einfach mal in mich rein, ne? Kein Problem. Oh, da ist auch schön. Da könnte ich mich auch... Ah, Mann, ey. Komm. Komm zusammen, Junge. Komm zusammen. Hier könnte ich so viele wegsnacken. Komm zusammen. Boom! Ja! Nice! Oh mein Gott, Platz 22, finde ich. Alter, Spät. Okay, hier habe ich eigentlich relativ gutes Terrain. Falls irgendwie ein Größerer kommt, kann ich mich gut vor den grünen Dingern verstecken. Aber ich bin relativ gut dabei. Die sind alle kleiner als ich. Die haben alle weniger Masse als ich insgesamt. Das ist mega gut. Oh, shit. Außer er hier. Ich glaube, er ist besser als ich. Komm schon, Alter. Fix, du schaffst es. Ich glaube nicht. Geh wieder zusammen. Komm, den will ich wegsnacken, Alter. Geh zusammen. Geh zusammen. Los! Oh, da könnte ich einen Triple Kill machen, ey. Komm, geh zusammen jetzt, Alter. Geh doch zusammen jetzt. Geh doch zusammen. Da kommen die großen, Mann. Das gibt es nicht. Nein, 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 nein. Oh, der will schon meine Hälfte absnacken. Ich sehe schon. Der will safe meine Hälfte wegsnacken. Oh mein Gott, hier sind viel zu viele große. Das gibt es nicht. Du kleine Wissens. Nein, 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 nein. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso? Ja, ich würde sagen, wenn euch diese Folge agar.io gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich noch mehr öfter solche Minigames spielen soll. Wenn ja, welche und so weiter und so fort. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Tschüss.